Musik Mein Name ist Armini Würfel. Viele kennen mich bereits aus diversen Messen, von Veranstaltungen und Altmotorabfahrern. Ich bin der Herausgeber vom GS Motorrad Magazin und ich möchte heute einmal zuerst eine Stellungnahme abgeben zum Coronavirus. Ich finde, Leute, bleibt es zu Hause. Es macht keinen Sinn. Ich lebe hier in Niederbayern und unser Ministerpräsident, Herr Söder, hat heute eine Pressemitteilung bzw. eine Live-Konferenz gegeben, die er bestimmt alle gesehen hat, wo er in Bayern fast eine Ausgangssperre verhängt hat. Mit diesem Virus ist nicht zu spaßen und wir als Motorradfahrer, denke ich, sind, und es ist egal, welche Marke man fährt, natürlich auch davon betroffen. Vor allen Dingen, es geht um unsere Familie. Ich lese viel auf Facebook, verfolge die ganzen Kommentare und muss euch ganz ehrlich sagen, lasst das Motorrad auch zu Hause stehen. Es macht wenig Sinn. Auch wenn man immer behauptet, man wäre alleine unterwegs, man würde wieder nach Hause kommen, es macht keinen Sinn. Ihr animiert nur dazu, andere Leute euch das nachzumachen, dann werden Gruppen wieder gebildet und so weiter und so fort. Ich finde, wir müssen jetzt alle zusammenhalten und durch diese schwere Zeit gehen. Auch mich trifft es hart mit dem GS Motorrad-Magazin. Es wurden Anzeigen storniert, es wird sehr schwierig werden, die kommende Ausgabe zu finanzieren. Sie ist eigentlich schon fast fertig. Ich hoffe, dass ich Sie jetzt noch Ende März in Druck geben kann, dass eine Druckerei bereit ist, das noch zu drucken. Es ist keine Weltuntergangsstimmung, die ich hier verbreiten möchte, aber Corona ist eigentlich sehr ernst zu nehmen und ich finde, man sollte das nicht mehr in das Lächerliche ziehen. Ich selbst bin hoffentlich nicht davon betroffen. Ich war ja noch auf der Motorradmesse in Nordrhein-Westfalen, auf dem Motorrad Dortmund und wollte eigentlich schon früh morgen, also eine Woche später, nach Wiesbaden fahren. Und die Landesregierung Hessen hat ja dann diese Veranstaltung der IMA Hessen, der Internationalen Motorrad-Ausstellung Hessen, abgesagt. Ich bin meinem Kollegen und Freund Peter Wahl hier sehr dankbar, dass er meine Waren, meine Kiste, meine Transportkiste, meine Palette auf seinen Elkw geladen hat und zwischenzeitlich bei ihm eingelagert sind. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich hoffe, dass ich irgendwann an die ganzen Utensilien und auch Artikeln, die drin sind, wieder baldmöglichst rankomme. Es ist momentan sehr schwer, das überhaupt bewerkstelligen zu können, einen ordentlichen Spenditeur zu finden, der uns im Moment diese große Kiste und unsere Palette mit nach Hause bringt oder zu uns zurückbringt. Ich möchte euch heute nicht aus Langeweile, sondern weil ich es zum ersten Mal auch mache, so ein Video euch erfreuen, über Unboxing. Vielleicht hilft euch das ein klein wenig, über diese, ja wohl dramatische Zeit, nehmen wir es mal so, hinweg zu kommen. Ich denke mal, es wird sich noch einige Wochen, wenn nicht gar Monate, da hinziehen. Es wird viele, viele wirtschaftliche Probleme geben in unserem Land, die wir jetzt noch nicht absehen können. Und ich möchte euch heute etwas vorstellen, was mich auf der Motorradmesse Welts eigentlich überzeugt hat, beziehungsweise wo ich in ein Gespräch kam mit dem Stefan Lechner von iRide. Ich verlinke euch das hier unten dann im Video. Und das ist ein österreichisches Start-up-Unternehmen und ich bin gerne bereit, ihn da hingehen zu unterstützen, ein wenig Lärmung für ihn zu machen. Da ich ja selbst auch, wie ihr seht, Brillenträger bin und ich das hier alles ohne Konzept eigentlich mache, möchte ich euch darauf einmal einen Einblick geben, was heutzutage alles möglich ist für Brillenträger auf dem Motorrad. Sicherlich werdet ihr euch jetzt fragen, was das Ganze soll. Nun, die Firma iRide und der Geschäftsführer Stefan Lechner zusammen mit, wenn ich das richtig verstanden habe, mit zwei Partnern, ein Start-up-Unternehmen gegründet, mit dem Hintergrundgedanken, dass manche Probleme haben mit der Brille und dem Motorradhelm. So, jetzt werden viele sagen, es gibt ja Klapphelme, das ist in der Tat so. Es gibt auch mittlerweile Enduro-Klapphelme. Ich habe einen bekommen auch zu dieser Brille und ich werde dies dann gleich hier vor Ort auspacken und euch zeigen. Ich habe selbst noch nicht hineingeschaut. Ich kenne diese Brille nur von Videos oder von der Homepage von iRide. Und wir alle fahren ja schon seit vielen Jahren Motorrad. Und wir haben dabei viel Schönes erlebt und werden auch noch viel Schönes erleben. Und mit dem Sehen ist es natürlich in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, zumindest bei mir. Ich trage seit meinem 14. Lebensjahr, seit meinem 12. Lebensjahr, eine Sehhilfe. Ja, wie man sie früher nannte, eine Brille. Mittlerweile benötige ich auch eine Gleitsichtbrille. Also ich kann nicht mehr gut lesen, auch was altersbedingt der Fall ist und wo viele meiner Freunde ebenfalls mittlerweile davon betroffen sind. Es ist natürlich manchmal schwer, das Navi dann auch abzulesen, wenn man schlecht sieht. Und was passiert auch, wenn wir über Kopfsteinpflaster fahren, über Rollsplit, über Schlaglöcher. Und sieht man das auch wirklich gleich und vor allem, wenn man es schon schlecht sieht und auch auf die Nähe schlecht sieht, dann ist das manchmal eben ein Problem. Es braucht also manchmal eine Brille, wenn es auch nur eine Sehhilfe ist oder eine Kurzsichtbrille. Ja, es ist völlig egal, man ist eigentlich gestraft genug damit. So, und ich selbst habe nach etlichen Jahrzehnten Motorradfahren und zig Helmen, ich glaube, ich habe mittlerweile in meinem Fundus zehn Helme unterschiedlichen Alterskategorien, die natürlich auch unterschiedlich ausgestattet sind. Also die haben natürlich eine Action Cam, eine Kommunikationsanlage verbaut und jetzt schiebe ich meine Brille noch darunter. Oder ich setze sie über den Klappell, ziehe ich nur die über die Brille drüber. Ja, meine Brille muss ich ganz ehrlich sagen, also die ich hier aufhabe, die ist eigentlich schon in Jahre gekommen. Ich habe mir auch schon eine neue bestellt, bei einer Firma, die ich jetzt nicht sagen möchte. Aber wenn ich mir meine Brille so ansehe, sie ist mir erst schon mal runtergefallen. Sie hat hier eine Absplitterung, sie ist verbogen, was natürlich durch das Dauern, die Auf- und Absetzen beim Helm kommt. Und ich habe nicht nur Klapphelme, sondern auch herkömmliche Enduro-Helme. Und unter anderem mein Lieblingshelm ist der Aventura, der ersten Generation von der Firma Turatech in Weiß. Weil ich finde, dass dunkle Helme einfach schlecht sind bei großer Hitze. Ich schwitze sehr leicht, da ist das alles ein bisschen ein Problem. Und ich bin jetzt mal gespannt, was der Stefan uns da, oder mir da vorbereitet hat. Die Brille ist schon vormontiert. Da haben wir schon mal hier die Box der Lufthansa Business Class. Da bin ich ja mal gespannt. Natürlich alles dabei, die Gebrauchsanleitung vom Helm. Das haben wir hier. Von iRide ein Kästchen. Ein Brillenbandtuch. Und ich denke mal, das sind so Abdeckungen für den Helm. Ob wir die brauchen, weiß ich noch nicht. Wir geben die Schachtel mal auch zur Seite. So, wir öffnen das jetzt mal hier. Wie geht das auch? Ah, okay. Das ist also hier, wie ihr sehen könnt, und ein eine Art Nauseam-Clip. Das erkläre ich euch gleich, was das ist. Ein Kleber. Plastikteilchen. Und ein Flaster, falls man sich verletzt. Sehr gut. Es ist auch eine CE-Zertifikation dabei. Jetzt holen wir mal den Helm raus. Leider gab es sie nicht mehr in weiß, wie ich nämlich eine Geracht hätte. Und wir probieren mal, ob er passt. Es sitzt eigentlich schon nie angegossen. Es ist eigentlich schon nie angegossen. Es ist eigentlich schon nie angegossen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, es ist noch nicht die Carbon-Ausführung. Aber wir schauen mal, wie das hier jetzt weiterläuft. So. Ich öffne mal diese Lufthansa-Box, ich weiß nicht, ob die bei Augen gleich ist, glaube ich nicht. Aber hier finde ich auch noch ein Brüllenputztuch. Den Helm stelle ich mal zur Seite. Und hier haben wir eigentlich die Ursprungsbrille. Ich sehe schon, die muss geputzt werden. Wir putzen uns jetzt mal kurz. So. Und der Steffen war anscheinend schon so freundlich und hat diese ganze Montage schon von vornherein erledigt. Ja. Ich muss jetzt nur mal zusehen, wie das Ganze hier funktioniert. Also, hier haben wir schon einmal, hier sind also zwei Magnete verarbeitet. Vielleicht sieht man das hier. Links und rechts. Und das ist das Teil, was man sich einfach so unter der Jacke um den Hals hängen kann. Ich nehme jetzt mal meine Brille ab. Und wenn man dann diese Brille aus dem Helm nimmt, kann man sie ganz einfach rucki zucki hier anklipsen. Und so tragen und man macht das so und alles ist super easy. Also, ich muss sagen, bis jetzt, glaube ich, ist das nicht verkehrt. Das bedeutet, du kannst deine normale Brille eigentlich im Tankrucksack lassen. Und mit dieser Brille eigentlich wirklich, auch wenn du stehen bleibst, ganz schnell und easy die aufsetzen. Wie gesagt, du brauchst dir nur dieses Bändchen umhängen. Da ist ein Kunststoffbügel dran und schon hast du eine tolle Brille, mit der du wirklich toll sehen kannst. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass du deine Originaldioptrimzahlen abgibst, mit allem Augenabstand etc. Ich habe also von meinem Optiker, wo ich mir meine neue Brille machen lassen, diesen Beleg oder diesen Brillenpass geben lassen. Und den habe ich kapiert und an den Stefan weitergeleitet. Und dadurch wurde ich diese Brille gefertigt. Also, ich muss sagen, der Dreikomfort mit dem Ding ist eigentlich schon relativ leicht und easy. Man kann sie auch runternehmen, so. Ist alles flexibel hier. Und dann hier hängen lassen. Ist also auch ganz nett, dieses Gimmick. Ja, und jetzt schauen wir uns an, wie wir das im Helm befestigen. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, er hat das schon hier vormontiert. Hier unten ist eine Platte eingearbeitet und die kann man leicht entfernen. Mit einem kleinen Messerl fährt man raus. Und dann montiert man dieses I-Ride System hier einfach. Das wird also ein bisschen eingeklebt. Und ansonsten hält das Pumpen fest, was ich so sehe. Und da sind eben auch hier zwei Magnete dran. Und diese Magnete halten dann eben die Brille. Ich klebe sie jetzt schon ein. Also, wie gesagt, man nimmt die Brille hier einfach und zieht hier an. Das hält wirklich pumpenfest. Das ist kein Ding. So, und schon ist die Brille hier im Helm montiert. Und ich kann sie, ich kann den Helm jetzt aufsetzen. Und ich habe eine installierte Brille im Helm, die ich auch noch vorn oder zurückziehe. Je nachdem, wie ich es gerne hätte, schieben kann. Und ich finde dieses System sensationell. Also, wie gesagt, Helm ab. Helm ab. Brille hier nehmen. Anziehen. Die fällt nicht raus. Hier einklipsen. Und schon haben wir eine Brille, mit der wir rumlaufen können. Einen Kaffee trinken. Wann auch immer. Dieses Teil dient anscheinend dem Ersatz. Das ist ein Ersatz. Falls irgendwas wäre, kann man hier. Ein Ersatz ist immer dabei. Für was dann diese Plastikdingerl da sind, das weiß ich jetzt noch nicht. Das werde ich aber noch rausfinden. Aber ich glaube, das braucht man nicht. Ich habe also diese Brille jetzt auf. Und ich werde diese Brille jetzt auch gleich zum Fernseh sehen. Einmal testen, ob sie auch hier geeignet ist. Und dann schauen wir weiter. Ich werde natürlich, sobald es mir wieder möglich ist, für den Bayerwald Motorrad Hotels ist ja dieses Jahr geplant, den kompletten Bayerischen Wald zu fotografieren. Und da wird dieser Helm mit dieser Brille zum Einsatz kommen. Das zweite Teil, was hier noch drin ist, fällt mir gerade ein, hat er mir gesagt, wäre quasi, wenn man einen zweiten Helm hat, damit man die Brille in den zweiten Helm mitnehmen kann. Okay? So, das war's von meiner Seite. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis darauf geben, dass ich die Homepage des GS Motorrad Magazin umgebaut habe. Ich habe neue Artikel hinzugefügt. Es kommt wirklich in nächster Zeit ein neues Heft jetzt raus. In nächster Zeit ist gut gesagt in absehbarer Zeit. Ich bitte vielmals, das alles zu entschuldigen. Die ganzen Umstände, die Begleiterscheinungen, die ich hatte. Ich werde irgendwie vom Pech verfolgt im Moment oder seit knapp einem Jahr. Aber ich kann euch zusichern, es wird eine Ausgabe kommen. Und ich werde versuchen, dieses Jahr Schlag auf Schlag alle vier Ausgaben rauszuhauen. Und ich hoffe auf eure Unterstützung. Bleibt mir treu und bleibt mir gesund. Trotz der schweren Zeit. Alles andere verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und allzeit gute Fahrt. Euer Armin Würfel vom GS Motorrad Magazin. 1 2 6 6